Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alle meine Pipsen, alle meine Pipsen, ich grüße euch da draußen, Kinder. Ich habe vom Weihnachtsmann ganz viele Gesenke gekriegt, auch hier so feine Pipsen und viele, viele Bücher. Und der Paul, der ist immer nur am Tranken, ja, der behauptet immer, der hätte viel mehr Gesenke gekriegt. Das stimmt aber überhaupt nicht. Jule, du brauchst gar nicht mit mir rumdiskutieren. Nö, nö, nö. Der Paule, der hat viel mehr Geschenke vom Weihnachtsmann bekommen. Schaut mal, Kinder. Ja, da ist zum Beispiel ein richtig schönes Buch, was dem Paule ganz bestimmt Spaß machen wird, wenn das die Omi Katrin, oh, freue ich mich schon, vorlesen wird. Das heißt hier wohl, da, Oskar, der neugierige Hund. Ja, wollen wir uns das mal anhören? Ja, Paule möchte gern. Ich gehe mal fragen. Omi Katrin, kannst du uns das bitte, 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 bitte mal vorlesen, bitte? Liebe Kinder, heute gibt es ein neues Buch, welches heißt Oskar, der neugierige Hund. Geschrieben hat es die Stefanie Köck. Dann horchen wir mal rein. Hier seht ihr Oskar. Oskar, dem kleinen Border Terrier, ist heute ziemlich langweilig. Er kennt bereits jeden Winkel seines Gartens. Das Gemüsebeet, in dem Karotten, Salat und rote Rüben wachsen. Den Brunnen, der dem Garten Wasser spendet. Oder das Blumenbeet, in dem Oskar zu gerne buddeln würde. Doch Frauchen hat es ihm verboten, damit die Gartenelfen nicht gestört werden. All das kennt Oskar schon. Doch heute macht Oskar eine Entdeckung. Im Gartenzaun ist ein Loch. Ein Stück einer Zaunlatte ist abgebrochen. Boah, 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 ich würde zu gerne wissen, was da draußen los ist. Boah, 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 denkt er sich und fängt an, ein Loch in die Erde zu graben. Größere und kleinere Erdklumpen fliegen zwischen seinen Beinen hindurch. Das Loch wird immer tiefer und tiefer. Gustav, der Hauswicht, möchte ihn aufhalten und zieht an seinem strupigen Fell. Oskar, geh nicht fort, du findest nicht mehr zurück. Doch der Hund schlüpft durch das Loch hindurch und macht sich neugierig auf den Weg. Sein Weg führt ihn vorbei an Wiesen und Bäumen in Richtung Bach. Diese Strecke ist ihm vertraut. Frauchen geht dort häufig mit ihm spazieren. Neugierig läuft er weiter Richtung Pferdekoppel. Dort trifft er Max, den braunen Hengst. Na Oskar, heute ganz allein unterwegs? Boah, 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 ja, ich bin durch ein Loch im Zaun gekrochen und habe mich im Bach abgekühlt. Boah, 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 boah. Du bist also ausgebüxt, geh lieber wieder nach Hause, sonst verirrst du dich noch, ruft ihm Max hinterher. Doch Oskar ist schon weitergelaufen, die Nase dicht am Boden. Boah, 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 hm, hier riecht es nach Fuchs. Der Spur muss sich folgen. Boah, 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 boah. Nach einiger Zeit gelangt er zu einem Wald. Dieser Ort ist ihm fremd. Boah, 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 wo bin ich hier, denkt er sich und geht tiefer in den Wald hinein. Eine Eule begrüßt ihn mit ihrem freundlichen Ruf. Schuhu, 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 er klettert auf einen umgefallenen Baum. Da raschelt es plötzlich im Gippisch. Und vor ihm steht ein Elfenmann. Wer bist du, kleiner Hund, und was hast du hier zu suchen? Boah, 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 boah. Mein Name ist Oskar, boah, boah, und ich bin einer Fuchspferde gefolgt. Die hat mich hier in den Wald geführt. Boah, 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 und wer bist du? Fragt Oskar neugierig. Mein Name ist Ilan und ich lebe hier im Wald. Ich passe auf die Bäume und Tiere auf. Gerade war ich Pilze sammeln für eine Suppe. Möchtest du mitessen? Da bemerkt Oskar, wie hungrig er ist. Sein Magen knurrt laut. Er hat ja auch den ganzen Tag noch nichts gegessen. Da nimmt er die Einladung zum Abendessen gerne an. Inzwischen ist es dunkel geworden. Die Geräusche im Wald sind für Oskar ungewohnt und ein bisschen unheimlich. Er probiert die Pilzsuppe und bekommt ein trauriges Gesicht. Schmeckt es dir nicht? Fragt Ilan. Doch Oskar ist ein Hund und Hunde mögen keine Pilzsuppe. Oskar bekommt Heimweh. Er vermisst sein Frauchen und seinen gut gefüllten Futternapf. Du hast Sehnsucht nach deinem Zuhause, stimmt's? Fragt Ilan. Oskar antwortet verlegen. Boah, 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 ich habe mich verlaufen. Boah, boah, wie soll ich wieder nach Hause finden? Boah, boah, boah. Boah, Ilan versucht den Hund zu trösten. Am Waldrand gibt es einen Zauberbaum. Er wird dir sicher weiterhelfen. Komm, ich begleite dich dorthin. Nachdem sich der Elfinmann verabschiedet hat, setzt sich Oskar ins Gras. Erwartungsvoll sieht er nach oben und blickt in das freundliche Gesicht des Zauberbaums. Sein Herz pocht laut vor Aufregung und Neugierde. Da lässt der Zauberbaum den Zauberstab tanzen und spricht. Abrakadabra, hoppladipopp, Glühwürmchen, zeig Oskar den Weg, aber flott! Und das Glühwürmchen leuchtet für Oskar und erhält seinen Weg vom Zauberbaum zurück zum Lagerfeuerplatz. Vorbei am umgefallenen Baum, zurück zur Eule, zurück zu Max auf der Pferdekoppel, zurück zum Bach, vorbei an Wiesen und Bäumen und zurück zum Loch im Zaun. Zu Hause angekommen ist die Freude groß. Oskar wird von seinem Frauchen herzlich begrüßt. Du hast mir so gefehlt, lauf bitte nie wieder weg! Oskar widelt freudig mit dem Schwanz und gibt Frauchen einen dicken, wow, 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 Hundekuss. In der Küche wartet bereits ein extra großer Knochen im Futternapf und Oskar schmeckt es heute ganz besonders gut. In Windeseile ist das Festmahl aufgegessen. Wow, 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 wow. Müde und glücklich, wieder zu Hause zu sein, schlummert Oskar in einen tiefen Schlaf. Und Gustav dichtet. Das Loch im Zaun, das ist verlockend. Der Weg führt über Stock und Stein, vorbei an Wiesen, Bach und Feldern. Kann das Leben schöner sein? Pilzsuppe am Lagerfeuer ist dem Hund nicht ganz geheuer. Heimweh legt sich in sein Herz hinein. Am schönsten ist es doch daheim. Und liebe Kinder, war das nicht eine hübsche Geschichte von dem kleinen Oskar, der Langeweile hatte und fortgelaufen ist? Und wenn die euch besonders gut gefallen hat, diese Geschichte, setze ich wie immer den Link unter meinem Video, wo man es erwerben kann. Und ich sage wie immer, bis zur nächsten Geschichte. Tschüssi, tschüssi. Wir sagen tschüssi, tschüssi und bye-bye und freuen uns auf den nächsten Tag. Tschüssi, tschüssi und bye-bye und freuen uns auf den nächsten Tag.